Was hofften wir in dieser Wildnis zu finden? Wieso verließen wir unsere Heimat, unsere Familien, das Haus unserer Vorväter? Wofür? Für das Reich Gottes. Lasset uns beten. Kuckuck! Da bist du ja! Kuckuck! Särviel! Du hast diese Familie verflucht. Komm es hin! Wer ist da? Gott, mein Herr, du beginne ich. Steh mir bei vor meinen Sünden, lasse ich. Ich tu Buß und lass dich ein. Vom Bösen wende ich mich zu dir. Mein Glauben nimmt niemanden mir. Ich tu Buß und lass dich ein. Gott, mein Herr, nun beginne ich. Steh mir bei vor meinen Sünden, lasse ich. Ich tu Buß und lass dich ein. Vom Bösen wende ich mich zu dir. Im Wald ist das Böse. ...einem Koffer voller magischer Kreaturen. ...und leider sind einige entkommen. ...einem Koffer. ...einem Koffer.